Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 2223. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Ich werde dem Kunden erklären, dass wir den Text komprimieren, um mehr Bilder auf die Seite zu bekommen. Ich werde dem Kunden erklären, dass wir den Text komprimieren, um mehr Bilder auf die Seite zu bekommen. Ich habe dir das wichtigste Kapitel aus dem Buch herausgesucht. Du wirst begeistert sein. Ich habe dir das wichtigste Kapitel aus dem Buch herausgesucht. Du wirst begeistert sein. Ich habe dir das wichtigste Kapitel aus dem Buch herausgesucht. Du wirst begeistert sein. Bevor ich mich entscheide, muss ich zunächst in Ruhe darüber nachdenken. Bevor ich mich entscheide, muss ich zunächst in Ruhe darüber nachdenken. Bevor ich mich entscheide, muss ich zunächst in Ruhe darüber nachdenken. An Zebrastreifen kannst du eine Straße immer sicher überqueren. An Zebrastreifen kannst du eine Straße immer sicher überqueren. Mein Sohn ist sehr selbstbewusst und interessiert sich besonders für technische Dinge. Mein Sohn ist sehr selbstbewusst und interessiert sich besonders für technische Dinge. Mein Sohn ist sehr selbstbewusst und interessiert sich besonders für technische Dinge. Wir haben draußen ein Fondue gemacht. 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 Die Zahnpflege ist sehr wichtig und sollte mehrmals am Tag durchgeführt werden. Es hat geklappt. Der Torwart hat den Ball abgewehrt. Das war knapp. Jetzt kommen einige Wiederholungen. Vielleicht hilft eine Zitrone bei meiner Erkältung. Hilft es, wenn ich daran rieche? Vielleicht hilft eine Zitrone bei meiner Erkältung. Hilft es, wenn ich daran rieche? Der Golfsport verbindet uns seit vielen Jahren. Wir haben viel voneinander gelernt. Wir warten auf unsere Hundefreunde. Sie werden aus dieser Richtung kommen. Wir warten auf unsere Hundefreunde. Sie werden aus dieser Richtung kommen. Dem Tomatensaft werden zahlreiche positive Wirkungen auf die Gesundheit nachgesagt. Ich bin hier, um den Fehler im Netzwerk zu beheben. Es wird nicht lange dauern. Ein Stück Melone bietet an heißen Tagen die perfekte Erfrischung. Ein Stück Melone bietet an heißen Tagen die perfekte Erfrischung. Julia hat mir einen interessanten Link geschickt. Julia hat mir einen interessanten Link geschickt. Der Zug hat Verspätung. Hoffentlich komme ich trotzdem pünktlich zum Flughafen. Der Zug hat Verspätung. Hoffentlich komme ich trotzdem pünktlich zum Flughafen. In der Nähe der Boote trifft man immer interessante Menschen, die etwas zu erzählen haben. In der Nähe der Boote trifft man immer interessante Menschen, die etwas zu erzählen haben. Ich suche den Weg zum Hotel. Ich glaube, ich habe mich verlaufen. Ich suche den Weg zum Hotel. Ich glaube, ich habe mich verlaufen. Zurzeit kann ich leider keine neuen Aufträge mehr annehmen. Mit dem bisher Erreichten bin ich zufrieden. Mein Leben hat sich sehr gut entwickelt. Mit dem bisher Erreichten bin ich zufrieden. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Und gib uns bitte ein Like. Und dann gibt es einen Like. Die Läder sind eine Läder.